Wir haben einen Kohlschung. Wir haben einen Kohlschung. Wir haben einen Kohlschung. Wer ist der? Lazy Day. Ah, der ist gut. Es gibt Kokosnuss. Lecker. Ja, Mann. Schauen wir ab. Kohlschung, ja. Wir lieben jetzt. Es ist total gezogen. Ja. Wir werden jetzt auch ein bisschen stehen. Ich hoffe, ihr habt noch welche. Wir trinken zu Hause recht viel.